So, wir sind bei meinem letzten Wunsch. Okay, das klingt jetzt so voll nach Tod, aber das meine ich nicht. Das ist einfach nur der letzte Wunsch von dieser Videoreihe. Mein letzter Wunsch ist einer, der ist so alt wie die Zeit an sich. Ich will einmal aussprechen können. Ich will nicht ständig von meiner Mutter unterbrochen werden. Unterbrochen werden. Nicht unterbrochen worden werden. Entschuldigung. Wie gesagt, etwas müde. Nein, aber das ist nicht so, dass es der einzige Wunsch ist. Das ist doch das Fazit am Ende dieser Videoreihe. Es gibt viele Wünsche. Es gibt Wünsche, die sind groß. Es gibt Wünsche, die sind klein. Es gibt Wünsche, die sind ortsbezogen. Es gibt Wünsche, die sind objektbezogen. Aber egal, was es für Wünsche sind. Das Schöne ist, solange wir Wünsche haben, haben wir etwas, was für uns etwas ist, was wir irgendwann erreichen möchten. Oder was wir gerne haben möchten. Und das ist doch was Schönes. Weil gewisserweise ist ein Wunsch nichts anderes als ein Ziel, das man verfolgen kann. Oder? Ja. Und ja, solange wir Ziele haben, solange haben wir immer einen Grund, weiter voranzuschreiten und uns weiterzuentwickeln. Und ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, als sich an einem irgendwann mal diesen Moment zu haben, an dem einem bewusst wird, ich bin bereit weiter zu schreiten. Ich möchte weiter schreiten in meinem Leben und ich möchte neue Dinge erreichen. Und alleine dafür, wenn wir das irgendwie schaffen, haben wir schon immens viel geschafft. Und ja, deswegen hört nie auf, euch Dinge zu wünschen. Weil wer aufhört sich Dinge zu wünschen, der hat auch auf sich irgendwie weiterzuentwickeln. Weil er dann ja irgendwann nicht mehr denkt, er hätte alles. Aber wir werden nie alles haben. Weil wir können immer noch irgendwo ein Quäntchen mehr aus uns selbst herausholen. Und deswegen ist mein allerletzter Wunsch nicht, dass ich nicht mehr unterbrochen werde, sondern mein letzter Wunsch ist. Ich wünsche mir, dass jeder da draußen immer wieder sich neue Wünsche wünschen darf. Ja. Das war alles. Und das war das letzte Video. Wir sehen uns jetzt wieder beim nächsten Video dann. Und das ist dann wieder ein normales Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Was wünscht ihr euch? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail. Die www.leadoutlook.com Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit und noch viele, 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 viele Wünsche. Bis bald. Und tschüss.